Aufgrund der steigenden Zinsen schweben die Bewertungen von Vermögenswerten nicht mehr im luftleeren Raum und durch die steigenden Zinsen steigen die Opportunitätskosten für Aktieninvestments. Wir schauen uns zunächst das Thema Vermögenspreise an. Wir können das in dieser Darstellung sehr gut erkennen. Die nominellen Renditen sind deutlich gestiegen von Null und Negativzinsen und Renditen, die nahezu beliebige Bewertungen von Vermögenspreisen zugelassen haben, die auch spekulative Exzesse geprägt und beeinflusst haben, sehen wir nun eine Phase, bei der wir wieder Zinsen und Renditen haben. Dementsprechend Vermögenspreise müssen neu kalibriert werden. Das gilt zum einen natürlich für die Bewertungen an den Börsen, aber auch für die illiquiden Vermögenswerte wie Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Gleichzeitig haben Aktienanleger nun eine weitere Hürde, die sie überspringen müssen. In einer Welt ohne Zinsen haben Anleger keinen sicheren Ertrag aufgegeben. Das heißt, wenn der Aktienertrag vielleicht bei 7% erwartet wurde, die Zinsen waren bei 0 oder 1%, dann musste man lediglich 1% Zins aufgeben, um die Chance auf 7% langfristigen Durchschnittsertrag zu erhalten. Das hat sich geändert. Sie sehen es hier beispielhaft dargestellt, bei der wir Unternehmensanleihen guter Bonität vergleichen mit der Gewinnrendite, also dem umgekehrten Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis von Analystenschätzungen für den S&P 500. Sie sehen hier in dieser türkisblauen Linie die Gewinnrendite. Sie sehen in der dunkelblauen Linie die Rendite eines Anleiheindex, Restlaufzeit 5 Jahre, Durchschnittsrating A. Und Sie sehen, da gab es mal riesengroße Abstände, also die Opportunitätskosten waren sehr gering. Anleger haben kaum Rendite aufgegeben, um die Chance auf die Aktienrenditen zu erhalten. Aber das hat sich geändert durch die Wände der Geldpolitik. Durch den Renditeanstieg sehen wir, dass die Differenzen geringer geworden sind. Das heißt, Anleger, die beispielsweise sagen, Unternehmensanleihen guter Bonität können eine Alternative sein, die können heute 5% nominelle Rendite erhalten. Das heißt, wer Unternehmensanleihen nicht kauft und dafür Aktien erwirbt, hat Opportunitätskosten in Höhe von 5%. Ob Sie die Opportunitätskosten nun berechnen mit Staatsanleihen, mit Hochzinsanleihen oder mit welchen beliebigen Kombinationen auch immer, Opportunitätskosten sind zurück. Und das wird mit Sicherheit in der Kalkulation von Anlagestrategien und auch der relativen Attraktivität von Vermögensklassen untereinander in der Zukunft eine deutlich wichtigere Rolle spielen. Ich darf Ihnen ein glückliches Händchen wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.